Das sind die drei Titelhelden meiner Cozy-Krimi-Reihe um den Stuttgarter Oberkommissar Jürgen Schäfer, der alles kann außer Hochdeutsch. Und hier sind die Bücher dazu. Meine Krimis sind spannend und lustig zugleich und Cozy-Krimis liegen total im Trend. Das Hochladen beim Kindle Storyteller Award ist etwas ganz Besonderes, weil ich weiß, dass nun Tausende und Abertausende von Menschen auf meine Bücher aufmerksam werden können. Ich würde sehr gerne gewinnen, vor allem um das Marketingpaket zu bekommen, um noch mehr Lesern bekannt zu werden. Und das bin ich. Hallo, wir sehen uns auf der Messe. Tschüss! Tschüss!